Hallo Leute, hier wieder euer DOSO mit Let's Play Space Marine. Wir müssen da jetzt zum Titan Manufaktor rum und es ist das Kapitel 5 der Inquisito. Und da geht ja so einiges ab. Wir haben da jetzt gesägt, geschossen, gesprengt, alles mögliche, ja und das nimmt kein Ende. Und hier ist alles verraucht. Dann nehmen wir mal alles auf, was wir aufnehmen können. Gut so, da ist nix mehr für uns und da müssen wir dann weiter. Ja, das sieht ja wieder mal so aus. Laufen wir rein in unser Verdehren? Soldat Antio, wir sind in Stellung. Bestens, Captain. Ich schicke den Aufzug hoch. Da ist nix, ja, cool. Und da sind wir jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, ein offenes Kampffeld, ein offenes Kampffeld. Komm, lass mich das schnell nehmen. Zugriff gewährt. Autorisation Astartesatis. Energieaxt freigeschaltet. Die Energieaxt ist von einem funkenden Energiefeld umgeben und liefert vernichtende Schläge, mit denen man schwere Rüstung aufbrechen kann. X zum Angreifen, Y zum Lähmen. Im Kampfsteuerungsbildschirm ist eine komplette Liste der Angriffe. Pipapu, ja. Antioch, Aufzug halten. Orcs im Anmarsch. Oh. So. Ja, benutzen wir mal. Ah. Wo ist denn unser... Wo ist denn die... In... In... Wuhh. 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 Wo sind denn meine Kameraden? Und verflixt. Und noch einmal. Seht euch das an. Die lassen mich da nicht raus. Unglaublich. Komm her. Da ist noch einer. Komm her. Wo ist denn meine Energiejaxt? Komm her. Ich bin da hier. Voll. Wo ist denn? Ich bin da. 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 Schieß doch mal auf mich. Ich bin da. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit für mich. Das geht ja runter, Leute. Wo ist der Boss? Oh, da vorne ist er. Oh, das ist der Falsche. Nein, Leute, das kann nicht sein. Das waren ein Boss greift an. Das waren zwei Bosse, Leute. Zwei Stück gleich auf einmal. Ja, irgendwie ist das ja die wilde Schlechterei ohne Ende. Ja, okay. Gut. Wildheitsmodus ist voll. Den können wir dann auch gleich brauchen. Und da. Ja, klar. Schick nur. Und dann geht es auch schon wieder los mit uns, gell? Wir probieren das Zeug gleich noch einmal. Und ich will diesen Hammer jetzt haben. Okay. Zugriff gewährt. Autorisation Astartes Ultra. Orcs! Eine ganze Horde! Antioch, Aufzug halten! Orcs im Anmarsch! Hilfe zahlen! Orcs! 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 Spacemarines! Ich verliere da voll den Überblick, oder? Okay, und der macht mir da oben die meisten so. Das gibt's ja nicht! Verflixt und zugenäht, wie kommen wir da raus aus dieser Bredouille, Leute? Das gibt's ja nicht!